Die britische Wettbewerbs- und Kartellbehörde Competition & Markets Authority CMA hat eine Untersuchung gegen Apple vorerst eingestellt. Die Untersuchung begann im Frühjahr 2021 und sollte klären, ob Apples Bedingungen für den Vertrieb von iPhone-Apps wettbewerbswidrig sind. Die Behörde behält sich jedoch vor, in Zukunft eine neue Untersuchung zu eröffnen. Der Grund für die Einstellung sind laut CMA administrative Prioritäten. Eine kritische Sicherheitslücke im WordPress-Plugin Lightspeed Cache gefährdet mehr als 5 Millionen Webseiten. Die Lücke ermöglicht es Angreifern, eine WordPress-Seite vollständig zu übernehmen. IT-Verantwortliche sollten sicherstellen, dass sie die aktuellste Version des Plugins verwenden, um die Schwachstelle zu schließen. Nutzer des Portals Mein Justizpostfach des Bundesministeriums der Justiz haben derzeit keinen Zugang zu ihrer Korrespondenz. Seit dem 19. August gibt es technische Störungen bei der Nutzung des Portals. Die Problematik wird derzeit analysiert und das Portal soll voraussichtlich am späten Nachmittag des 22. August wieder zur Verfügung stehen. Ein Forschungsteam aus China und Brasilien hat einen Roboterhund entwickelt, der Feuerameisennester aufspüren kann. Die rote, importierte Feuerameise ist in vielen Ländern ein zerstörerischer Schädling. Der Roboterhund wurde mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet, die es ihm ermöglicht, die Nester autonom zu finden. In Feldversuchen konnte der Roboterhund bereits 90 Prozent der Nester richtig erkennen. Microsoft bringt das KI-gestützte Computergedächtnis Recall zurück. Ab Oktober können Besitzer von Co-Pilot-Plus-PCs, die am Windows-Insider-Programm teilnehmen, die Funktion wieder testen. Ursprünglich wollte Microsoft das Feature für alle Co-Pilot-Plus-PCs standardmäßig aktivieren. Aufgrund von lauter Kritik hinsichtlich der Privatsphäre wurde Recall jedoch zu einem freiwilligen Feature. Die Funktion speichert regelmäßig Screenshots aller Aktivitäten, legt Tätigkeitsberichte an und macht diese per Befehl durchsuchbar. Kritiker schlugen aufgrund grober Sicherheitsbedenken Alarm. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de. Werbung Ein Blick in die unternehmerische Zukunft von morgen, spannende Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Entscheiderinnen und Perspektiven auf die Chancen von KI. All das bietet das Women in Tech Event auf der Horizons bei Heise in Hannover. Am 27. August ab 15 Uhr lädt Heise zu dieser innovativen Veranstaltung ein. Tickets kosten 25 Euro inklusive Verpflegung. Worauf wartet ihr? Jetzt anmelden auf horizons-heise.de und Zukunft mitgestalten.